Die Sendung wurde vom NDR live untertitelt. Was ist das für ein Anhänger? Der gehört meiner Mom. Gehörte meiner Mom. Er soll einen beschützen. Silber hält die Monster in Schach. Ich habe Dinge gesehen. Ich glaube, ich habe jemanden gesehen. Draußen im Wald. Die Farm ist tabu, verstanden? Es ist sehr gefährlich dort. Du solltest da nie allein hingehen. Dinge gehören. Zuerst hört es sich an wie ein Batman. Dann war da eine Stimme. Ein Flüstern. Hast du das gehört? Hallo? Da drin ist jemand. Luke! Luke, Sie sind weit verschwunden. Komm schnell, bitte. Ich glaube, es ist jemand im Haus. Angelin. Halloween. Da drin ist jemand. Geh, da drin ist jemand. Das ist jemand. Ah! Untertitelung des ZDF, 2020